Moin Moin, hier ist mein Herr Berndus Frenzburg. Ich grüße euch. Ich habe festgestellt, dass ich durch den Müll LKW, dass das Spiel immer zum Absturz kommt. Also nach fünf, sechs Minuten oder sieben ist dann einmal Schluss. Deswegen habe ich jetzt den Müll LKW einmal leer machen lassen und habe ihn dann rausgeschmissen. Hier sind wir gerade mit dem Wasser, hier sind wir oben im Sägewerk. Vorhin haben wir den Milch LKW gesehen. Na jetzt also kann ich wenigstens, also dieser ist nochmal zusammengesetzte Spiel oder Film und die anderen kann ich jetzt eine eine Viertelstunde wieder ohne Schwierigkeiten laufen lassen, ohne dass es abstürzt. Na ja gut, ich bedanke mich erstmal. Das wollte ich euch nur sagen, wenn ihr merkt, ihr habt den Müll, auch den Milch LKW und sowas. Den kann man dann mal nehmen und nur eine ganze Folge oder einmal Müll einsammeln. Das ist ja auch eine langweige Geschichte. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Sagen morgen, morgen, euer Bersplans. Bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao. 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 Vielen Dank. 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 Vielen Dank.